Tiger soll für dich lösen Hier geht es um lineare Gleichungen mit einer Unbekannten. Das Endergebnis lautet x gleich negativ 8. Lösen wir es Schritt für Schritt. Isoliere x. Dividiere beide Seiten der Gleichung durch negativ 4. Kürze die negativen. Vereinfachen des Bruchs Verschiebe das Minuszeichen vom Nenner zum Zähler. Ermitteln des GGT des Zählers und des Nenners. Fakt Ores ihr und kürze den größten gemeinsamen Teiler. Somit ist das Endergebnis x gleich negativ 8. . Fakt Ores Hartmann. Fakt Ores-T Nearly 73